Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Entwickler Duftail Games hat nun die erste Schweizer Strecke und gleichzeitig die erste Schmalspurbahn für Trainsome World 2 angekündigt. Entwickelt wird diese Strecke von Riot Games. Es handelt sich um die Arosa-Bahn. Die Arosa-Bahn befindet sich im Schweizer Kanton Graubünden. Die Strecke beginnt in Chur, dem Hauptort des Kantons Graubünden. Von dort aus führt die Strecke zunächst durch das Stadtgebiet von Chur und später weiter in den Churort Arosa. Die Länge der Strecke beträgt knapp 26 Kilometer. Auf diesen 26 Kilometer überwindet die Strecke einen Höhenunterschied von 1155 Metern. Die Spurweite dieser Strecke beträgt 1000 Millimeter. Sie ist damit auch die erste Schmalspurbahn in Trainsome World 2. Die Strecke wird betrieben von der Rätischen Bahn und wurde im Jahr 1914 eröffnet. Die Strecke ist komplett elektrifiziert. Auf der Arosa-Bahn findet sowohl Personen- als auch Güterverkehr statt. In Trainsome World stehen dem Spieler für den Zugverkehr die Schweizer Lokomotive GE 4-4 Römisch 2 der Rätischen Bahn sowie Personen- und Güterwagen zur Verfügung. Außerdem gehören wieder zum Paket die bekannten Szenarien sowie ein Fahrplanmodus und auch ein Tutorial für die Lokomotive. Was ist eure Meinung zur Schweizer Arosa-Bahn? Freut ihr euch auf die erste Strecke aus der Schweiz und gleichzeitig auf die erste Schmalspurbahn in Trainsome World 2? Welche Schweizer Strecken oder welche Schmalspurbahnen soll es eurer Meinung nach noch in Trainsome World 2 geben? Schreibt dies bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.